Aber krass wie riesig die Städte sind, ne? Wenn man mal hier reingeht. Ich bin ja auch voll gespannt, wenn wir dann in so eine Zone kommen, die nicht mehr protected ist. Wenn dann die PvP-Maps losgehen. Ich scheiß bestimmt voll rein. Ich bin voll low-bobbig und ich halte irgendwie nix aus. Ach ey, das ist voll gut, wenn man mehrere Maps hat, weil wenn das eine müde ist, kannst du mit dem anderen weiter reiten. Ja, genau. Ich habe diese Leder. Jetzt bin ich auch Level 12. Ich weiß, was wir machen. Aster und Chico. Visit Castro's Ranch. Da müssen wir hin. You've learned the Judgement Skill. Oh, ich habe nur einen Skill. Was ist das denn? Da hinten. Oh Gott, was ist das denn für eine gruselige Lache? Krass, ne? Das ist meine. Echt? Mhm. Hier, hör mal. Quitt. Nein, jetzt kann ich das natürlich nicht ausprobieren. Slash, la- äh, lave. Einfach im Chat. Ne, ich red grad von meinem Skill. Von meinem Skill, den ich gelernt hab. Tut mir leid. So, wollen wir zur Quest? Äh, jo, ich... Ich mach mal Auto-Dings an, kann ich mich ein bisschen zurücklehnen. Das ist schon ganz entspannt, ne? Wenn man so lange rumlaufen muss, das muss man nehmen lassen. Ich glaub, Bless macht einen dann voll faul dadurch, wenn man ein anderes Spiel spielt, wo das nicht mehr geht. Ja, das kann schon sein. Boah, dann ist man nicht so ermühten beim Questen. Da kann man zwischendurch fahren und irgendwo... Absache, der Autorun hat voll den Umweg genommen, da wo wir gerade herlaufen, anstatt einfach gerade auszulaufen. Einmal um die Kurve. Hast du das mitbekommen? Wahrscheinlich wieder nicht. Jo, doch. Hallo. Moin. Das sieht voll witzig aus. Was denn? Wenn du da rumhüpfst. Sieht das besser aus? Das sieht aus, dass du grad voll witzig gegen packst. Jo. Oh Gott. Böser Sound. Oh Jesus, nein. Es ist so dunkel. Defending the murder, murder, murder... Was denn was? Pairos, das ist jetzt wachend. Ich möchte auch was kloppen. Achso, wahrscheinlich Outlaw-Murder-Achtiges. Sind die denn alle? Da. Da ist einer. Oh, die Pferde kämpfen gegen den. Crazy Horse. Crazy Horses. So, das ist noch eins. Oh, hier geht mein Leiter. Oh, hier machen grad so viele die Quest. Alle. I doubt. Und ich will gar nicht mit dir talken. Ach, und? Ach, ich hab meine falsche Waffe. Ach, ich hab meine falsche Waffe. Ach, ich hab meine falsche Waffe. So. Wow. Hui. Hui, hui. Boah, die Leute sind alle. Lass mir auch einen über. Ich lauf hier schon die ganze Zeit rum und spam tapp. Ja, ich auch. Während ist einer. Das sind immer diese Pferde. Ich hab's auch noch nicht so ganz raus mit den Skills, glaube ich. Hormbo-Dinger. Mich? Wenn die alle totkommen, können wir das irgendwie wiederbeleben? Nee, ich glaub das dauert noch ein bisschen. Achso, das sind die, die wir töten müssen. Ja, was ist das? So, drei brauchen wir noch. Oh, ich hab hier was gefunden. Ein Zepter. Paladin only. Äh, du musst unten rechts, äh, drauf bieten, ne? Bitte? Unten rechts. Das ist so ein Itemloch, das du bieten kannst. Unten rechts? Wo? Ja. Du siehst das nicht. Okay. Ich hab ein Paladin-Item jetzt, toll. Wie geht denn das? So, zwei brauche ich noch. Ich bin tot. Echt? Oh nein, ich hab das Haus angegriffen. Das wollte ich gerade nicht machen. Ich hab das vor allem angegeben. Geil. Ich bin ja eigentlich ein Feind vom Anglitzes mit einem Redner. Ja, da steht halt Horst, weißt du? Ich war halt. Sie dodgen meine Angriffe und ich sterb fast. Boah, das war knapp. Au, warte, was? Das will ich nicht. Hast du das jetzt bekommen? Was denn? Jo. Den, den Bogen? Äh, weiß ich gerade nicht. Nee, jetzt hab ich den bekommen. Nee, hab ich nicht. Scheiße, ich glaub ich hab mich verklickt. Oh nein, sorry, ich wollte dir den geben. Ich hab echt noch darauf verzichtet. Ich auch, aber... Sorry, ich... Mann, verdammt. Ich hab glaub ich auf den falschen Knopf gedrückt. Okay, da ist noch einer. So, letzter. Hä? Ich kann irgendwie... Äh, warum kann ich nichts angreifen? So, speak to blablablupp. So, speak to blablablupp. Ich kann die, äh, diese Outlaw-Mörder, äh, äh, Mörder nicht angreifen. Weiß nicht. Oh, das ist verbuggt. Oh yeah. Man kriegt so ne... Man kriegt so ne... Was denn da? Inventar... Inventar-Erweiterung durch die Quest. Das ist ganz nice. Ich kann nichts angreifen. Was ist das? Ich drück meine Abilities und was passiert jetzt mehr. Weiß nicht. Hä? Hm. Hm. Ich ralte mal kurz mal aus dem Gebiet raus. Ich ralte mal kurz mal aus dem Gebiet raus. Vielleicht macht das irgendwie buggy. Nee. Hä? Ich, ich kann mich angreifen. Hast du denn vielleicht schon alle? Nee, fehlen auch drei. Und wenn du mich hier hittet, kann ich auch nichts machen. Ich hab Angst, dass ich da nicht mehr reinkomme. Muss ich ehrlich sagen. Also, ich meine nur in die Charakterauswahl. Ja, ich geh mal ein bisschen weiter weg, damit ich sterbe. Ja, ich geh mal ein bisschen weiter weg, damit ich sterbe. Ja, ich geh mal ein bisschen weiter weg, damit ich sterbe. Komisch. Uncool. 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 Oh! Torturing a prisoner? There is no honor in you. Alright, I will tell you the location of our base. The Navaran army is way, and what can you do all by yourself? Are you going to storm in with those Wranglers? Don't hold your head high for winning one little fight. This was the Danish army's adversaries. This is the Union Protected Zone. How did that go? Did you learn anything from the Outlaw? Oh my, that is so close to Nevara City. How could it- Why are they lurking in theilda? So, I don't want to say right. But it doesn't seem like a great idea. I don't know why you are so many 90ms. Die Leute sind so stolz, zu finden, wer sie sind. Aber es ist schrecklich, zu gehen, zu ihrer Lair, all bei dir selbst. Well, wenn du so sagst, ich will nicht versuchen, dich zu stoppen. Sei sicher, und bitte, besitze dich wieder, wenn es übernimmt. Wir werden glücklich, dich sicher zu sehen. Okay, für die Folgequests müssen wir erst noch ein bisschen aufsteigen. Ähm, geht's denn jetzt? Oh, ich kann noch neu gestern nehmen. Ich guck mal. Hä, was greift mich da an? Ich bin fast tot, ey. Ich hab nichts gemacht. Ja, es ist ein bisschen verpackt, was wir leider sagen, gerade. Geht's gar nicht mehr? Äh, ich muss mal erstmal was finden. Oh, sorry, versuchst du. Boah, jetzt sterb ich hier fast. Boah, ich hab' den Grafen. Ach Gott, ey, die Quest macht gerade auf der Tausend Leute, hier mal irgendwo dran zu kommen, ist ja, ne. Da ist er. Nein, es ist Weihnachten. Es ist Weihnachten. Geht's immer noch nicht? Doch, ich kann. Achso, okay. Ich bin aber gestorben, weil das gerade so zu langsam war. Uff. Und gütiger. So, wo sind die kleinen Viecher? Da ist einer. Ich bin nicht schnell genug. Ich bin nicht schnell genug. Dann warten wir mal bis zu respawnen. Das Pferd hat den einfach schon fast gequält. Ich konnte nur 2-1-hitten. Scheiße, ich war zu langsam. Dammit. Der auch da im Busch. So, jetzt hab' ich die Quest auch fertig. Das ist meiner Freundschaft, wie ich meine. Aber krasser Ranch hat der Dump. Das sieht ja auch. Oh, ne Tasche. Ja, Inventory, Slot, Erweiterung, was ganz nah ist. Perfekt. Okay, jetzt muss ich mit dem Typ katschen, ne? Mhm. Also, ich hab' das Mikro gemütet, weil ich husten wollte. Ah, okay. Da dachte ich lieber ein kurzes Knuspern als... Knuspern. Knuspern. Kurzes Knuspern. Okay, Level 13, bin ich noch nicht. Da ist noch eine andere Quest, die du annehmen kannst. Die mach' ich gerade hier. Aber das machen grad 3000 Leute. Also, man muss sich echt neben die Dinger stellen und warten, bis sie respawnen und dann ganz schnell sein. Oh Gott, äh. Ah, sind zwei Quests, ne? Zwei? Ja, ich hab' nur eine. Ne, zwei. Ich hab' zwei angenommen. Massage, Message, Message, Message One und äh... Aber ich hab' die andere nicht angenommen, muss ich gleich nochmal machen. Aber ich kill' erstmal kurz die Viecher hier. Äh, entweder hab' ich oder du gelagged, hab' ich grad' nicht verstanden. Ähm, ich hab' gesagt, muss ich gleich noch annehmen, ich kill' kurz die Viecher hier. Ja, ich seh' schon, da ist ja... Krämen wir die beide eigentlich? Ich glaub' leider nicht, das ist auch ein bisschen schade, dass das nicht geht. Scheiße, ich hab' das Pferd angegriffen, das werd' ich nicht. Das ist ein Rückpferd. Hab' ich grad' auch aus Versehen, wer zu gierig war. Scheiße, witzig. Gott. Alter, so schnell. Mann. Die soll mal schlafen gehen. Ja, ne? Boah, das ist ja grad' unmöglich, hier die Quest zu machen. Och Gott, ey. Wie die hier alle geiern. Jo. Ja, alles weiter. So. Drei brauch' ich noch. Pst, pst, pst. Ich spam hier TAB und... ... gucke die ganze Zeit nicht die Gegend. Wann kommt hier, Lippie? Red, geh weg, ich will dich nicht aus Versehen angreifen. Oh, das ist ja echt alle warten. Ja, Midi-Sein ist hier blöd, ne? Ach, du Scheiße. Besser, schnell. Huuuui. Uiui. Uiui. Zwei noch. Los, 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 los. Sind hier vielleicht noch welche? Ne. Oh, ich hab' 10 LP bekommen. Nice. Danke. Ah. Oh, ich hab' 10 LP bekommen. Oh, äh, wir können das glaub' ich doch zusammen machen. Jetzt hat sich das grad von 6 auf 7 erhöht. Ja. Wo bist du denn? Vielleicht müssen wir ein bisschen weniger voneinander sein. Ich bin hier. Äh, ich komm' kurz zu dir. So. Falls dir das jetzt jetzt hilft. Ich hab' irgendeine Karte. Wie viele hast du? Äh, ich hab' 4. Okay. Einen brauch' ich noch. Los, respawner. Ja. Ne. Der geht nur weg. Verdammt. Los, das, was, 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 was. Miss. Komm' einer noch. Oh. Nice. Dankeschön. Soll ich dir ein bisschen helfen noch? Vielleicht erwisch' ich ja noch mal einen. Ja, das wird cool. Also ich kann nichts versprechen, weil, ne? Ja, ja. Ich bin jetzt. Schnell genug. Bin ich direkt einer neben mir respawned. Ne? Ne? F an. Ich bin auch nicht verschaft. So. Da ist noch einer. Ja. Da wollte ich mal gerne... Ich würde es mal gerne ausprobieren. Das ist nice. Scheiße. Ich bin jetzt schnell genug. Muss ich eigentlich nur noch so was wie so'n Meister oder sowas, um dann halt so nice Skills zu lernen oder schaltet man die frei, weißt du das? Ich glaub' ich schalte immer mit dem Level frei, wenn ich das richtig gesehen hab'. Wie viele brauchst du noch? Äh. Einen. Da ist einer. Ich hab' einen. Ja, sehr gut. Fertig? Top. Okay, dann lass mal wieder zurück. Nein. Wollen wir dann, ähm, vielleicht, ich würd' vielleicht noch die Quest annehmen, weil wir dann erstmal wieder einen Cut machen? Ja, ich würd' sagen, es ist mal wieder spät. Ja. Haben wir wieder ein bisschen was gespielt, ne? Ein wenig, ja. Ein wenig. Äh, wo ist das denn? Hier? Hä? Hier abgeben? Hä? Ne, hier konnte ich noch einer annehmen. Message 1. Achso, hab ich die grad automatisch abgegeben? Ja, ne? Ich musste die grad nicht abgeben. Speak to horse Shepard. Kannst du die abgeben? Kannst du die abgeben? Ne, bei mir nicht. Ja, du bist auch, du bist auch falsch. Du musst zum Shepard gehen. Ja, das ist ja die andere, achso, das ist ja schon die andere Quest wieder. Willst du die noch eben machen? Äh, ich würd' die da abgeben. Dann müssen wir nur mit dem Typen sprechen. Okay, warte, dann mach ich das auch nochmal eben. Abort. Ne, ich bin nicht aborten. Mach das mal hier. Wie viel Energie hat das eigentlich noch? Weiß ich nicht. Zwölf. Ah, Energie ist fast voll. Zwölf. Drölf. Ich wollte eigentlich drölf sagen. Das ist ja witziger gewesen. Irgendwann sind wir so ein bisschen in der Landschaft um. Ach, es sieht so schön aus. Es ist so schön. Ich liebe auch so Wüstengegenden. Mach das voll gerne. Mhm. Oh, hier kommen alle Christen und nehmen. So? Ja, stimmt. Gutes Auge. Oh, es leckt gerade ein bisschen. Ach, wir müssen die hier eh abgeben. So. Oh. Aber wir können, glaub ich, ne neue auch annehmen. Ja. Ich kann ja auch annehmen und dann würd' ich sagen. Ja. Mach das dann erstmal. Nehme ich mir eben beide an. Okay, eine Quest noch annehmen. So. So. Soll man den Ruhestein nehmen oder einfach hier bleiben? Ich würd' sagen, bleiben hier. Ach du Scheiße. Ja, wir müssen ja eh die Quests noch hier machen. Guck mal auf die Karte. Das sind ganz viele Einzelne. Ja, die sind hier. 25 Meter. Hier vorne. Remove the traps. Ja, aber ich mein, sollen wir die Quest jetzt noch machen oder so? Achso, ne. Nö. Ich würd' aber hier ausloggen, dann sind wir halt direkt wieder hier. Achso, juck. Weißt du, können wir direkt die Quest weitermachen. Weißt du, können wir direkt die Quest weitermachen. Dann lass uns das doch direkt gut. Jut, ne. Dann verabschieden wir uns mal an der Stelle. Ich hoffe, die Audioqualität war jetzt etwas besser. Nicht so verkackt wie beim letzten Mal, ne. Jo, ich hoffe auch. Das war echt... Muss man sich nochmal für entschuldigen, aber... Ja, das war echt mies. Wir haben's gesprochen. Aber kann man nix machen, ne. Rausnehmen wir's halt auch nicht, weil es waren halt zwei Stunden Spielzeit. Das wär halt ne Menge gewesen, die gefehlt hätte. Ja. Ja, das kann man... Man kann sicher da auch Mucke anmachen und sich das einfach mal nur die Texte lesen. Ja, das ist auch ne Idee. Jo. Nö, dann daher bis zum nächsten Mal.